Mit den Mädels war das einfacher. Das war unkomplizierter. Also für mich war das war also für mich der eigentliche Schock, als ich dann nicht mehr nach Schmück will, sondern nun hier am Wannsee, was ja auch noch so ein bisschen etipetierte ist. Und ich kam anfangs mit den Mädels überhaupt nicht klar. Weil ich das gewohnt wurde, wenn wir mal in den Wald gingen, da wollten wir nicht Pilze sammeln. Und das war also hier überhaupt nicht drin, da war da alles für den Vets veranstaltet worden. Und dann kickte er wohl auch immer noch irgendeiner hinterher. Und das war auch ganz normal. Ich hatte dann so einen vereinseigenen Piraten da. Ich hatte ein Mädel als Vorschutterin. Da sprach da überhaupt kein Mensch drüber. Das war das Normalste von der Welt. Da war das hier noch. Ach, gab es gar nicht. Da fanden die Mädels und da fanden die Jungs. Oder als ich dann nun im Berliner Jachtclub da mein Steil vom Bierski-Pnamant einführen wollte, da habe ich aber doch eins auf den Deckel gekriegt. So geht das nicht. Nein, nein. Also die haben wir das ja dann später nicht geglaubt. Ich sage, das war für mich, der ich ja, ich war ja nur, ich habe ja meine gesamte Freizeit bis zur Mauer in Ost-Berlin verbracht. Ich bin auch so, habe mich aufs Rad gesetzt. Oder wir haben dann hier, wenn dann im Winter, dann, wo war dann, naja, wo auch immer die wohnten, nicht, dann wurde da dann zum Schwimmen, dann haben wir uns in Ost-Berlin die Re voyage, die sie halt geben. Und dann habe ich denen immer Filme erzählt. Echt? Haben die immer gefragt, nicht, dann, ja nun, Kino im Westen, dann haben die immer gefragt, Micky, warst du mal wieder im Kino? Ja, erzähl. Und dann auf diesem Buddelkasten Treffen, sagte dann auch so einer. Micky sagte, so schön, wie du die Filme erzählt hast, waren die gar nicht. Das war der Film von damals? Na ja, der schönste Film war damals, also den musste man sich mit Freunden angucken, Psycho, Psycho. Wenn die gute neben Wien, dann war die ja nicht, ich war 16 oder was dann, die war fast. Denn den Schock und den Schreck und dann hinkt die aber an einem dran. Nein, das war doch was. Nein, nein, nein.